Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Play, der auf die Great Instance. Ah, ja, wunderbar. In der vergangenen Folge haben wir hinten den Feld, richtig, das Feld soweit gesetzt bzw. soweit vorbereitet, dass jetzt eben auch bei Zeiten irgendwann mal besetzt werden darf. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile zwei Felder, die noch keine Aufgabe haben, sag ich jetzt mal bzw. die noch nicht besetzt sind. Das heißt, es fehlt noch ein drittes Feld. Nein, nicht noch eins. Ja, es würde noch fehlen. In der Theorie, in der Praxis kommt das, ja, hierhin, wo ich dann rumtingel. Aber ihr braucht keine Angst haben, das wird nicht jetzt passieren. Ha, zum Glück. Ja, genau, es passiert nicht jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Was? Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Also, wir kümmern uns heute aber auf jeden Fall um andere Dinge, richtig. Ähm, gut, wir haben jetzt bei dem Feld hier vorne an der Seite noch kein, kein Knochenmehl hingesetzt und auch keine, keine Süßbeerenbüsche. Das habe ich irgendwie nicht bedacht. Dann machen wir das nochmal fix. Ja, das musste einfach sein. Ich musste da durchrennen. Ja, es musste aber einfach wirklich sein. Wundert mich bloß ein bisschen, weil ich, dass ich dabei keinen Schaden gerichtet habe, aber gut. Die Diamanthose hält wohl lang genug. Ähm, oder hält wohl gut genug, besser gesagt. So, das ist jetzt nochmal so ein bisschen Knochenmehl. Das haben wir noch ein bisschen Haar, haben wir noch da drinne. Und das war das, ein paar Steinnuss. Noch ein paar dazu, richtig. Genau, und ich hatte ja schon gesagt, dass wir die hintere, ähm, den hinteren Bereich von dem Feld, der ist noch nicht, äh, noch nicht begrenzend da hinten. Der ist zwar schon, ist weit abgerissen, aber eben noch keine, hier, Büsche und anderes Zeug dran. Also da sollte ich sowieso keine Zaun und, äh, keine, kein Zaun und keine, keine Mauer und so Zeug hin. Höchstens Büsche und ein bisschen Pflanzenzeug. Mehr nicht. Aber wie gesagt, nicht jetzt. Und auch allgemein, kommt das auf jeden Fall erst später. Ich weiß noch nicht genau wann, aber viel später. Jetzt haben wir noch andere Dinge zu tun. Genau. Zum Bleistift hier ein bisschen was reinsetzen. Ähm, da zum Bleistift. Ach, ich hasse es, wenn da großes Gras bei rauskommt, wisst ihr das? Okay, ich glaube, das reicht. Ja, schön. Dann sind wir jetzt soweit fertig und können die Folge ausmachen. Ich meine, drei Minuten, das passt doch, oder? Nein, natürlich nicht. Ähm, es gibt jetzt ein paar Dinge, die gemacht werden möchten. Ja, richtig. Der Kram kommt da rein und dieser hier auch. Dann kann der Stein auch nochmal da rein. Hm. Ja, ist gut. Ich würde jetzt ganz gerne da hinten an das Gewässer einen kleinen Anlegesteg und so eine ganz kleine, wirklich ganz kleine Hütte reinsetzen. Eine einfache erstmal. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, ach scheiße, schon wieder Fichtenholz. Okay. Ich hab doch keins mehr. Davon brauchen wir noch ein paar. Wie viele, weiß ich noch nicht. Vielleicht davon auch noch welche und davon und... Naja, das Ding können wir auch gleich mitnehmen. Wenn wir schon mal dabei sind, brauchen wir gleich alles mit. Ja, das frage ich mich gerade auch. Äh, hat jemand die... Ah ne. Die Werkbahn kann man jetzt da hinten hin setzen, das ist gut. Dann verbrauchen die sich ja jetzt soweit. Langsam, aber sicher. Das ist doch auch mal was Schönes. Okay. Genau, was noch auf dem Plan steht ist, ähm... Moment. Stelle... Ja gut, wir haben jetzt theoretisch die Stelle für alle Nutztiere soweit. Aber wir haben natürlich nur keinen Stall für die liebe Swala und für ein späteres Maultier oder Egel. Wie auch immer. Haben wir noch nichts. Wollen wir noch was in die Richtung bauen? Könnt ihr hier gerne in die Kommentare schreiben. Ähm... Dann kommt das Stelleschild nämlich noch nicht weg. Ähm... Gut, das wäre dann auf jeden Fall bloß ein... bloß ein kleiner Stall und ohne... ohne Weide. Einfach nur der Stall an sich. Ist natürlich auch die Frage, wo wir die denn hinsetzen. Aber wir werden auf jeden Fall einen Platz finden. Das ist ja gar kein Problem. Und das wird dann wirklich bloß... eher ein kleiner Unterstand, wenn man das so... Ja gut, wenn wir schon so eng damit, äh... verfahren, dann könnte man auch einfach diesen Bereich hier teilweise zum Stall machen. Oder zumindest hier die Tiere dann unterstellen, dass man dann hier eine kleine Wand reinzieht und dann da vorne nochmal irgendwo oder sowas. Und dann hätte man da den Bereich, wo man dann letztendlich... Ja, Esel... Schrägstich Maultier und für das Pferdchen reinsetzen könnte. Ja, ich glaube das... Äh... Ist okay. Na ja, ich sehe gerade hier bei dem Feld fällt ja auch noch die Begrenzung. Hier haben wir bisher bloß die Steine hingeschmissen. Aber das war's dann letztendlich auch. Oh... Naja gut, dann ist dem halt so... Jetzt wird erstmal ein kleines Häuschen gesetzt. Dafür brauche ich eigentlich auch noch... Eigentlich auch noch ein paar Lager vorher. Äh... Na ja, später. Hm... Hm... Da ist jetzt natürlich die Frage, wo das hinsetzt. Dann kommt das Haus hier hin? Und der stieg dann da hin? Und dann kommt hier nochmal ein Baum hin? Oh ja... Ähm... Naja, warum eigentlich auch nicht? Ein kleines Häuschen auf Stelzen. Ich brauche... Ja... Fichtenholz für Bretter und was brauche ich für die Stämme? Ja genau... Fichtenholz... Nein... Immer noch Eiche... Ich baue auch alles mit Eichen, was die Stämme betrifft... Warum... Warum verkeh ich hier wieder die Hälfte? Ach ja... Naja... Man kann ja auch nicht an alles denken, ne? Und... Ja... Verdammt... Ja... Wobei... Es geht noch... Ja... Du hast recht, Bau ziehe ich nur noch einen weiteren Stack mit. Jetzt sollte ich passen. Und das wird dann tatsächlich auch ein Gebäude, das kein Strohdach kriegt. Hey... Na gut... Der... Äh... Das Silo hat auch keinen Korn... Äh... Keinen Kornspeicher. Das Silo hat auch kein... Äh... Kein Getreidach gekriegt. Kein weißes Dach. Von daher... Passt das schon. Ähm... Aus dem Video... Wirklich jetzt sowieso bloß ein kleines... Ich bin klein nicht kaputt durch, warum nicht hier klatschen. Okay... Joa, dann würde ich mal sagen... Ähm... Einmal... Randa an die Veranda. Jetzt nehmen wir da vielleicht einen hin. Machen wir hier noch ein bisschen... Ja... So... Eins, zwei, drei... Da... Eins... Zwei... Kommt da der nächste hin? Ja gut, andererseits ist das, was ich jetzt alle gesetzt habe, ja eigentlich Fichte. In der Theorie. Und keine Eiche. Weil wegen nasses Holz und so, ihr wisst... Na ja, weiter rein gehen will ich eigentlich auch gar nicht. Wenn ich ehrlich bin... Eins, zwei, drei... Na komm. So soll das halt nicht sein. Genau. Eins, zwei, drei... Kommt da dann nicht hin. Zack, na... Ich setz dich nochmal ran da. Hallo. Danke. Danke. Ja gut, vielleicht wollte ich noch ein... Na... Eine Reihe weiter rüber gehen. Ihr habt ja recht. Also... Eins, äh... Drei. Da sind wir drei, oder? Verdammt. Ich hab' ich einen... Der sollte doch da hin. Das konnte ich ja schon wieder... Gut, dann kommt der mal wieder mit. Und du auch. Dankeschön. Hopp. Da kann dieser Kram auch wieder wegge... Äh... Weggeerntet werden. Dankeschön. Wo sind denn die Pfeile noch hier drüben? Na gut. Erstmal würde ich aber die hier ganz gerne mal austauschen. Sind ja nur die paar. Oh. Okay. Na ja, und ihr wisst ja wie ich auf solche Sachen hier reagiere. Das geht gar nicht. Da kriege ich eins und vier von. Also... Ein Block. Und irgendwann mal... Noch ein Block. Richtig. Haben wir's jetzt überall? Hm... Ja, vorerst. Eins, zwei, drei. Der muss doch ausgetauscht werden. Danke. Na. Wir erinnern uns jetzt ausreichend mit dem Ding hier. Oh. Wer hat den denn da hingelegt? Der wunderbare Eichenstamm. Den nehme ich natürlich gerne mit. Okay. Dann kommt da wieder einer ran. Dann haben wir wieder eins, zwei, drei. Passt schon. Ja. Sehr gut. Dann würde ich die, glaub ich, doch wieder weg... Na, doch wieder wegnehmen. Und... Und... Naja, du musst eigentlich auch nicht unbedingt so hoch sein. Andererseits steht hier dann das Gebäude. Hm. Ich bin gerade am überlegen, ob das, äh... Ob ich das hier als... Als Größe von dem Gebäude Anna... ...behalten möchte. Ich meine, das ist natürlich wieder das äußere Gebäck, was man schon kennt. Das heißt, dass die Wände drin lägen nochmal. Das heißt letztendlich, dass wir bloß... Oh. Dann wird's leicht eng. Na gut, das ist ja... Das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Man könnte sich aber fast überlegen, ob man das mit... ...mit geschälten Stämmen macht. Ah, wo kommst du denn her? Ich weiß, langsam Schlafenszeit, aber... Oh, noch einer. Geh mal weg. Und du auch. Ich mag es nicht, wenn der Bauernhof bedroht wird. Und wenn es so eine... Untoten... Ertrunkenen... Irgendwas Fischer sind. Danke. Das ist jetzt immer Hopperinnen in die Haier und dann... ...muss ich wahrscheinlich gegen Creeper und Skelette kämpfen. Bisschenweise gegen Creeper und Spinnen. Die überleben ja auch die Nacht. Bisschenweise den Tag. Die brütende Sonne... Na? Haben Besuch? Oh. Na ja. Gut, dann eben nicht. Wer nicht will... Der hat schon. So sieht die aus. Okay. Dann würde ich mal... ...sagen, dass jeder Boden hinkommt. Ups. Das war nicht so weit. Mach den mal wieder weg. Ja, natürlich fällst du wieder. Natürlich. Wohin aus sonst? Na ja. Gut. Man kann sich ändern. So. Schön rübergezogen. Ja, das machst du gut. Ja, fein. Da kann man hier auch gleich weitergehen mit dem Zeug. Und dann geht's da auch nochmal wieder rüber. Ja, und dann füllen wir jetzt einfach mal den Boden aus. Und letztendlich... Gut. Letztendlich das, was wir jetzt haben, ist kein Boden, sondern eher die Wand. Die Platte, wo die Wand hin und drauf kommt. Ja. Ich hab... Aber ich würd mal sagen, 5 reicht als Innenraum davon, oder? Also 5x5. Ich hab ja bloß ne kleine Hütte. Und wenn wir unsere Hunde da reinsetzen, dann ist das eine Hundehütte. Oh Gott, das... Jetzt find ich aber wieder richtig schlecht und peinlich. Ähm... Ja. 1, 2... 1, 2... Dann sind wir auf Hürt 3... Ja, machen wir es so. Oder. Ja, ist okay. Hm... Doch. Oder... Oah Mann, was man sich wieder nicht entscheiden kann. Aber ja doch, doch, doch. Wenn ich da noch kleine Fensterchen reinsetzen möchte, dann... Ich sollte da schon so... Ups, gehandhabt werden. 1, 2, 3 Okay Na komm schon Du darfst jetzt wieder ganz da hochgezogen werden, sehr gut Du ja nicht Aber du ja Oh, ich würde sagen, dass ich den Fall vergessen habe Der ist ja schnell hängig jetzt 1, 2 und 3 Ah, der ist sogar in der Mitte Oh Wunder Ich wäre das Gefühl nicht los, dass wir doch kein Baum mehr hinsetzen Hm Ja Jetzt sowieso nicht, genau Jetzt wird das kleine Häuschen in den gesetzt Okay Dann brauchen wir jetzt ein bisschen Holz Den Zugang würde ich glaube ich von hier aus Also hier hinsetzen oder hier hinsetzen Mal gucken Aber nichtsdestotrotz, warum ist die Wände da drin Ich könnte natürlich Auch Irgendwas machen, ja Ich könnte vielleicht wirklich Geschielte Stämme dafür nehmen Ist ja natürlich die Frage Nehmen wir Fichte dafür Oder doch ihr Eiche Eiche ist ein bisschen lehler Ich glaube ich bin trotzdem Fichte Es wird tatsächlich ein bisschen lieber Okay Dann brauchen wir nochmal die Möglichkeit Da irgendwelche Fenster reinzuzwirbeln Das heißt ein paar Bredes bitte Zum Beispiel ein paar Treppen Sehr gut Ähm Ja ich würde sagen Das Hier vielleicht Das ist aber keine Treppe Dass man Hier und hier vielleicht ein Fenster hinsetzt Und hier vielleicht auch nochmal Und die beiden Wände lassen sich soweit dicht Bzw. hier kommt dann sowieso noch die Tür rein Und zwar genau Hier Ja Ich denke das ist okay Ich meine Man könnte das Teil natürlich auch zum Teil frei Offen lassen Das wäre auch eine Option Egal Erstmal Erstmal jetzt die wunderschönen Balken hier reingezogen Genau Dann den da rein Und hier auch nochmal zwei Hey komm Was war denn das jetzt wieder? Hier drüben das gleiche Spiel Der ist temporär Okay Und dann hier wieder was dran So Und hier auch nochmal dicht machen Die Tür hauen wir dann nachher raus Der ist temporär Die Fenster müssen wir dann auch nachher raushauen Wieder Das ist okay Kriegen wir hin Dich ehrlich kann man schon fast überlegen Ob man das Holz so lässt wie es ist Naja mal gucken Erst einmal Sollte das Ding soweit Ups Zusammen geschustert werden Okay Das heißt Dass wir jetzt wieder einen temporären Block haben Also Ja das ist ein Fachwerk Nein nicht Fachwerk Nein Ein Blockhaus Im ganz einfachen Stil Okay Äh verdammt Wie war das jetzt? Der ging einmal ganz drüber Okay Ja gut Logisch So Das sollte dann erstmal reichen Wo hab ich denn denn? Da ist der Ja wirklich Ja einfach Naja Ist ja trotzdem okay Ich glaube dass wir die Tür vielleicht doch eher mittig setzen Sieht ein bisschen schöner aus Die Fenster hier Sind denke ich mal okay Ja wobei Ich glaube dass ich doch sinniger Wenn wir die doch eher in die Mitte setzen Auch wenn sie dann direkt an der Wand kleben Aber Da muss ich damit leben Kommt da nochmal eins ran Hier wieder Fenster Halt Das den muss weg Oh so Fenster ran Und Ach komm Nein Zweimal falsch Das sollte doch eigentlich hier ran Genau da Danke Da wird ein schönes Wunderschönes Kleines Fensterchen Manchmal hasse ich das wirklich Ey Okay Das ist mir echt zu blöd Einmal rein da Bitte Und oben nochmal in die Tür Ach meine Fresse Ihr wisst schon Eine Treppe Richtig Okay Dann haben wir hier jetzt zwar Die Fenster direkt aneinander Aber das passt schon Dann kommt hier das andere Fenster hin Na Und Da oben nochmal So Die dürfen natürlich nicht fehlen Du bist auch einmal drüber versetzt Genau hier hin Nach da oben Nach da unten Wunderbar Ja und jetzt würde ich sagen Schäme das ganze Ding doch Es ist zwar schön Dass es ein bisschen dunkler ist Aber Hätte das jetzt auch noch eine vernünftige Struktur Eine vernünftige Baumstruktur gehabt Beziehungsweise Würde man ja auch sehen Dass es wirklich Baumstämme sind Dann hätte ich Die nicht geschält Im geschälten Zustand Würde man das sehen Dass es Baumstämme sind Hätte ich das auch damit machen können Dann wäre es auch dunkel geblieben Naja Weißt du was Ich glaube ich schäle da nochmal Bei Eich sieht man das besser Als hier Naja Ist okay Ja Ja Machen wir trotzdem So hell Ist in Ordnung Passt schon Och nee Jetzt fall ich da wieder rein Ich meine Ich mag ja Wasser Aber Nicht immer Manchmal ist es schon etwas lästig Ach ja Da war ja noch die Treppe falsch rum Da war ja was Kümmern wir uns gleich drum Kümmern wir uns gleich drum Aber erst einmal Äh Werden hier nochmal die letzten Stämme geschält Dann müssen wir es nochmal von drinnen weiter schälen Och Gott ey Das gibt es doch nicht Da komme ich doch bestimmt drüber Nachdem ich eine Runde geschlafen habe Heißt das Und nochmal was trinken Bei der Gelegenheit Sehr schön Hüpf Vorführeffekt So Jetzt mach ich da höher Wunderbar Du bist falsch Ich meine du bist schon richtig Ja Aber du bist falsch rum Ach ey Was Was ist denn los hier Also laufen kann ich heute ja schon mal gar nicht Gut zu wissen Okay Dann haben wir hier so eine kleine Feine Hütte Die tatsächlich sogar Doch etwas geräumiger ist Als ursprünglich Gedacht oder Könnte man durchaus den ein oder anderen Dorfbewohner Drinnen unterbringen Ich brauche auf jeden Fall ein paar mehr Treppen Ähm Ja Ein paar Treppen bitte Beziehungsweise erstmal wieder ein bisschen Holz ja davon Für weitere Treppen Dankeschön Ihr kennt das Spiel ja Wenn ich schon solche Balken ziehe Dann müssen natürlich auch noch abgerundet werden Mit Pfeiltönen und Schildern und Zeug Und Grüns Gut Jaja Eigentlich ist es völlig unnötig hier Mit so einem Mit so einem kleinen Fischerhütchen Auf dem Bauernhof Aber Das ist ja egal Wir haben den Platz hier Warum denn nicht Warum denn nicht Verwenden Wir haben auch Erde da Die kann ich nur da reinschmeißen Okay Eigentlich würde ich dann aber direkt da drauf schon das Dach setzen Also je höher wird das auf jeden Fall nicht Und das heißt Ja Dass ich Treppen wieder falsch rumsetzen muss Genau Hier mal runter Ich setze das an Gehen wir von hier oben Diamond Fall Und hier haben wir noch mal einen Ich brauch mehr Treppen Much more Boah Ja das sind ein paar viele Egal Passt schon So da eins ran Hier Nicht Na verdammt Da hab ich sie auch gemacht Gut Du lass das mal weg Und das sind jetzt eigentlich die beiden Stirnseiten Da möchte ich das ein ganz kleines bisschen anders dran haben Okay Ich brauche Das Zeug dafür Wobei es glaube ich ja nicht ist Wenn wir da schon eine etwas andere Farbe hätten Ja dann gibt es ja wirklich Fichtenstämme Die nicht geschält sind Dann gibt es ein kleines dunkles Dach Finde ich gut Okay Aber die Outlines Gibt es trotzdem noch Machen wir so Und dann bräuchte ich wieder ein paar von diesen Dingern hier Genau von diesen hier Hoch Und dann wieder was davon Wieder rüber gesessen Das ist eigentlich auch schon die Mitte Finde ich das nur in Ordnung Ja Doch durchaus Absolut überhaupt nicht übertrieben Nein Finde ich auch Genau so gehört das Und genau so muss das sein Das ist fein Das ist fein So Dann kommt da wieder einer drauf Und wieder einer dran Geht ja eigentlich relativ fix Wenn man erstmal weiß Was man machen muss Zum Beispiel Stufe dabei haben Die könnte jetzt hier ran Dann setzen wir da einen drauf Und hier einen drauf Und den nochmal da an Ja ich habe jetzt leider keine Treppen mehr Ich brauche schon wieder Treppen Eins Zwei Ja machen wir drei draus So Gib mal hier das Zeug Äh Ist das eklig Na Da haben wir den Rest Ich wollte Treppen haben Danke Ein paar mehr Bestenfalls Weil das ist gerade nicht ausreichend würde Aber merkt ihr was Ich kümmere mich jetzt gerade ums Dach Und nicht erst um die Um die Pfeile Eigentlich wollte ich auch noch ein paar Pfeiltüren und Schilder setzen Fällt mir gerade ein Ähm Ja Kommt dann später vielleicht irgendwann Hoffe ich Und wenn ich nicht wieder vergesse Gut aber erstmal muss ich das wieder hoch Damit ich dann wunderbare kleine Köpfchen draufsetzen kann Ähm Hier Und Da Kommt dazu schon wieder Eine Stufe oder den haben wir es Du darfst nicht mal da liegen bleiben Ist das in Ordnung Okay Machen wir hier auf der Auf der anderen Seite weiter Das ging dann so Und dann gibt es einen raus Mit ganzen Blöcken Danke Achso Gegensatz hat sich bloß einen Oder was Ja Offensichtlich Ja logisch Da ist ja wieder der Mittelpfeiler Äh Pfeiler Logisch 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 Na dann Brauch mich auch nicht wundern Und ich brauche mich auch nicht wundern Wenn dann gleich wieder mein Meinen Treppenfort Wieder zum Neige gegangen ist Ich habe einfach mal zu wenig Treppen Das gibt es nicht Ja Ich bin da selbst schuld Wenn ich nicht genug baue Ihr habt ja recht So Das reicht schon Hab ich das nicht vorhin auch schon gesagt Ich spüre Parallelen Okay Ja wir haben sie jetzt gleich Und Tevi Die Treppe dran Da wieder der Und der Das Ding Eins Zwei 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 Ja ich habe jetzt in der letzten Zeit schon so viele von diesen ätzenden Köpfen hier gebaut Uppsala So langsam ist die Routine da glaube ich drin Ich sollte es zumindest Okay jetzt haben wir hier zwei Dann würde ich theoretisch hier nochmal mit einer Stufe lang gehen Und hier auch Und da drüben auch Wenn ich da dran käme Ah fast ne Hm Ah der Meister Eins Und zwei Und die restlichen dreien Ja dreien Kann man denn eigentlich Mit ganzen Blöcken machen Dann hängt das da so ein bisschen durch Ist aber glaube ich ganz okay Ähm wenn ich da ran käme Danke Ist aber gerade bloß ein temporärer Block Damit ich diese wunderbaren Ah Diese wunderbaren Blöcke dahin setze Ach kann Dankeschön Weg mit dir Und mit dir auch Ja ich häng ein bisschen durch Ähm Stufe Hä Ich hab doch vorher noch so viele Stufen gehabt So wie hier Und hier geht es dann einfach oben weiter Man kennt das ja schon Und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal Das heißt die Stufen werden wieder nicht ausreichen Dann kann ich das gerne drauf Dankeschön So Ja ne Dann kann man sich eigentlich anfangen Die wunderbaren Fichtenbalken hier rein zu ziehen Ich brauch aber hier für diese Kanten noch die ähm diese Fichten hier Okay Gut Gut Schlaf mal schlafen wir mal schlafen mal eine Runde und dann setzen wir das Dach drauf Ja ich weiß nicht ob ihr das irgendwie mitgekriegt habt oder sowas Das ist meine Stimme ist etwas belegt Ich scheinbar schon wieder irgendwas eingefangen zu haben ich weiß auch echt nicht wie ich das Im hinkriege So langsam wird es lästig Ja Sehe ich auch so Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten Hm Aber ich mach doch nichts Naja tatsächlich kann ich jetzt gerade wirklich nicht sagen wo das herkommen kann Wo der herkommen könnte Das entzieht sich meinem Wissen Leider So Hier werden dann aber teilweise noch ein paar Blöcke ausgetauscht werden müssen Damit ich das Dach auch hier so richtig durchhängen lassen kann Weil jetzt wenn ich den da einfach mit ranziehe dann sieht das einfach etwas komisch aus Wenn ich das einfach nur so mache Das hier ist temporär Dann geht es da weiter Ja gut die beiden müssen dann sowieso noch mal eingedreht werden Beziehungsweise müssen dann solche Blöcke hier werden Damit das passt Mit der Dachstruktur Okay und dann würde ich glaube ich Diesen hier auch nochmal wegnehmen Das ist ja die Frage Ob das rausreicht Oder ob das Noch zu seltsam aussieht Ja ich würde sagen das geht Man kann es auch schöner machen Aber ich glaube diese Diese Variante ist ja schon okay Es sind ja bloß kleine Kleine Ausmaße Dann passt das schon Okay Wäre die erste Dachseite schon mal abgeschlossen Alles was futtern Dann brauche ich wieder mehr Fechtenholz Haben wir noch da Das ist wunderbar Ich brauche ein paar mehr davon So Ich hatte glaube ich vorhin auch zwölf darin oder Ich weiß es nicht mehr Okay Wie war denn das jetzt Da ist der temporäre Komm mal weg da Ich meine rein theoretisch Müssen wir die beiden auch nochmal austauschen Aber da liegt dann vielleicht am Ende auch einfach ein Balken Der da drüber liegt oder sowas Mal gucken Ist das also gerade nicht so wild Und auf diesem Dach brauchen wir dann auch keine Pension Das kann glaube ich so bleiben wie es ist Oder notfalls jetzt wenn auch hier und da ein paar Knöpfe Aber das sollte es dann auf jeden Fall auch Gewesen sein mit diesem Dach dann Mehr Kleinkram Krimskrams Brauche ich hier endlich dran Beim Strohdach ist es ganz okay Wenn da ein bisschen mehr Anderes braunes Zeug mit drauf ist Aber hier Ist es glaube ich nicht vonnöten Ich habe das Gefühl nicht los Dass das Fechtenholz nicht reicht Hm Wie komme ich nur auf die brillante Idee Ich brauche Fichtenholz Ja aber schön Dann haben wir da gleich eine kleine feine Hütte stehen Ja eine kleine feine Hütte Die trotzdem irgendwie Eine halbe Zeichnung gebraucht hat So Fichtenholz Oh Mann Oh Mann Ich habe aber keine Lust Über was zu farmen Beziehungsweise Lust schon Aber keine Zeit Das ist ja das Problem Und wenn es wirklich so ist Dass ich jetzt weiter rumkränke Dann habe ich auch die Gesundheit nicht dazu Dann kann ich irgendwann gar nicht mehr reden Dann kommen die nächsten Videos ohne Ohne meine Liebreizende Anmutige Stimme Oh Gott Ja So Und der Yeah Genau Und der noch dran Du bist dein Tempo Und dann wäre diese Seite ja auch schon mal abgehakt Ja fein Und es ist doch überhaupt nicht dunkler Es ist doch überhaupt nicht dunkler Weil wir keine Fackel aufgestellt haben Und kein nichts Genau Du bist doch falsch Gar nicht ehrlich Das Ding ist wieder so hoch Dass man hier oben wieder den Dachboden reinsetzen könnte Ha Schön Finde ich gut Finde ich sogar sehr gut Brauche ich da jetzt noch irgendwelche Knöpfe und Zeug dran Oder lass uns das so dunkel wie es ist Na tatsächlich würde ich da glaube ich wirklich noch ein paar Zäune Äh Zäune sehe ich schon ein paar Ein paar Zau Ach Ein paar Knöpfe dran setzen Ja Zäune Weil ich da jetzt gerade einfach ein paar Stellen hier habe Wo ich Zäune ganz gerne hinsetzen möchte Und zwar genau Hier und da Ihr kennt das Prozedere Zäune und Zäuntore An den Stellen da oben Danke Sehr fein Zugütig Gut Die beiden Giebelseiten Da wird das logischerweise nicht gemacht Weil ich dann noch kein Giebel habe Beziehungsweise ich habe dann noch keine Giebel Idee Das wird sie dann zeigen Erst einmal aber Zwei Vier Äh Acht Zäuntore Natürlich wieder aus Fichtenholz Ähm Eins Zwei Zwei Irgendwas Ich brauche ein paar Stöcke Vier Ups Was mache ich denn hier Und vier Dann sind wir bei acht Wenn ich mich nicht verzählt habe Vier plus vier Vor allem auch verzählt Okay Dann haben wir da die beiden Bestückt Und dann hier auch nochmal Die letzten zwei Wunderbar Ich glaube das wäre sogar schöner gewesen Wenn die aus Schwarzeichenholz gewesen wären Naja Ist okay Kann man auch so machen Sehr fein Dann wollte ich da jetzt noch ein paar Knöpfe haben Die kann ich dann einfach wirklich ganz Äh ganz random hier ran klatschen Können auch da mal dran sitzen Und hier Da und mal wieder was oben drauf Tun Genau Und da vielleicht auch mal was Weiß ich heute warum Ich habe ja äh Das Das Gerippe da oben drauf Nicht die komische Stacheln Das ist gar nicht gut Darf denn mal einer ran Ja Und auf der anderen Seite Und das sollte dann eigentlich Wirklich ausreichend sein Fangen wir unten an Ein da Ein hier Und da vielleicht Irgendwas Ja vielleicht eher so Danke Fein 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 Da haben wir schon drauf gedrückt Das ist doch gut Aber hier funktioniert auf jeden Fall der Knopf Und da haben wir auch nochmal einen hin Und dann Dann passt das soweit Ja Ja ich glaube mit den Knöpfen Sind doch Etwas angenehmer Als ohne Sehr fein Ein paar Fackeln hier rein Ja Moment ich habe gesagt ein paar Na gut dann Machen wir die nächste Zwei da rein Nicht nur eine Jetzt muss ich mir aber wirklich ein paar Gedanken um die Giebel hier machen Vielleicht ist mir da noch ein kleines Fenster rein in die Giebel Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht Heißt logischerweise Ich brauche wieder Holz Bitte mal hier ein paar Treppen Machen wir auf beide Seite Auf beide Seite Auf beiden Seiten Ein Ein Na Ein, zwei Fensterchen Genau Ach komm Wenn man wieder nicht in der Lage ist Gerüstblocken zu verwenden Richtig Ich hätte ganz gerne Hier einen Balken dazwischen Und wenn wir schon dabei sind Hätte ich hier mal ganz gerne einen Balken dazwischen Dankeschön Was mich so ein bisschen stört ist Dass ich jetzt nicht von der Seite ran gucken kann Habe ich Ich habe noch zwei Stufen Das ist wunderbar Ich brauche jetzt auch genau zwei Das war genau Oh Gott Das war zu wenig gesetzt Naja Hier wird das Darüber So Einen weiteren Ne, nicht da drauf Daran, danke Dann sollte ich die Treppe nämlich eigentlich Da hin Und hier Auch nochmal Dahin Ja und damit wir scheinbar wieder ohne schlafen Ja ist aber okay Ist als Abschluss so weit in Ordnung So Ups Einmal hopp rein in die Haier Und was trinken natürlich Oh das Blas ist leer Ja gut So jetzt geht's weiter Ah wieder ein wunderschöner Sonnenaufgang hier Freut mich Könnte mal fast ein bisschen neidisch werden Auf die Leute die hier wohnen Ich ziehe ich da mal so ein Pfahl runter Hast du nicht gesagt Du willst hier ein Fenster hin setzen Ja genau Es werden zwei Fenster Als rechne ich eigentlich Neben diesem Pfahl Ähm Ist ein bisschen dunkel hier Und das führt irgendwie Irgendwohin Ja Irgendwohin Wo ich es nicht hin will Ich bin weiter mit diesem wunderbaren kleinen Häuschen hier beschäftigt Nimm die mal weg So Dann kann man jetzt sagen Dass man hier genau Da vielleicht ein Fenster hin klatscht Machen wir ein Fenster vielleicht da draus Ich glaube das ist Ist okay Wie wird das? Da kommt ein Fenster hin So Ja Genau Das ist jetzt brauche ich nochmal vier Treppen Und wie machen wir das da An der Stelle Ich meine da könnte ich notfalls auch nochmal mit Treppen arbeiten Ich meine das ist dann sowieso eine ganz andere Giebelart Als die die wir jetzt schon kennen Beziehungsweise Ne Es ist ja letztendlich schon Eigentlich ist es eine ähnliche Giebelart Wie sonst auch Ein bisschen Ähnlichkeiten haben die ja sowieso immer Allein schon wegen der Dachform Okay Dann setze ich da doch nochmal einen hin Oder Ja ist okay Und Fenster kann man da trotzdem noch dran setzen Das ist ja dann trotzdem da Dann müssen wir jetzt noch irgendwie gucken Dass wir Diese Sachen hier gefüllt kriegen Beziehungsweise da mal zwei Blöcke hochgehen Es ist jetzt nur die Frage Mit welchem Material Vielleicht Schäle ich den einfach mal Ja ist okay Und da drunter kann man dann wieder irgendwas anderes sehen Irgendwie eine Dekoleine oder sowas Aus Zeug Genau Welches Material Ich weiß auch nicht Tuch Ich muss dich nochmal schälen Genau dich Danke Mach mal weg das Ding Dann sieht man auch ein bisschen mehr Ja ist okay Ja ist okay Und fein Genau so soll es sein Und ich bitte auch da Ich hatte auch nochmal Da wir ja wissen was wir gemacht haben In der Theorie In der Praxis Ja wisst ihr Ist mein Gedächtnis nicht mehr ganz so das Beste Ihr wisst ihr Alte Männer Gedächtnis und so Wir sind ja schon froh Wenn wir den Namen nicht vergessen Okay Hier waren Diese Balken In geschielter Form Danke Auf der Bäh Auf der anderen Seite natürlich auch nochmal Dankeschön Weniger Schiften Dann passiert sowas auch nicht Geschielt Und geschielt die beiden Aha Ich kann es einfach So Gut wunderbar Dann muss man sich jetzt nur noch überlegen Was man davon noch Was man da noch für eine kleine Dekolein mit reinzieht Weil so möchte ich das ganz gerne Möchte ich das ungern lassen Irgendwas Muss hier nochmal auf diesen Balken drauf Ich mein gut Im Zweifelsfall sind das einfach Sind das einfach Treppen Und hier Wie heißt das andere Zeug Nicht Treppen Na Eichenfalltüren und Eichenschilder Kann man notfalls auch machen Und tatsächlich überlege ich gerade so Ob das sogar sinnig ist Machen wir es einfach so Ach man Ich wollte eigentlich rein Danke Ich glaube nämlich Das ist so ein Block Den ich mitnehmen wollte So Ja Ja Ist mir da eine kleine Linie rein Ähm Ich würde anfangen Mit den Schildern Da Das ist jetzt die Woche 1 Und 2 Und 3 Und 4 Äh Erstmal 8 Von den Von den Eichen Dingern Falltüren 2 4 Äh Moment Ah 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 So Acht Stück davon 8 Hab ich gesagt Dann brauche ich ein paar Stöcker Für Schilder Auf den beiden Seiten Dann ist vier Das heißt Begonheit Sechs Schilder Wenn mich nicht alles täuscht 1 2 Okay 1 2 3 4 1 Hupsala 2 Und 3 Ja Kann man so machen Ich vergesse natürlich die Deko hier an diesen Pfeilern nicht Da braucht ihr keine Angst haben Die wird auch noch gesetzt Aber erstmal bitte Diese wunderbare kleine Dekoration hier dran In der richtigen Höhe bestenfalls Wer weiß Wo das Ding Jetzt wieder hin geflogen ist Moment Lag es da nicht eben gerade oben im Fenster drin Aha Du bist mir Hallo Danke Dann dich nochmal da ran Wunderprächtig Schild Schild Und ein ganz geschildes Schild Auch nochmal da Naja Schön klein und fein Genauso soll das sein Jetzt brauche ich aber trotzdem mal einen Haufen Pfeiltüren Genau Machen wir erstmal die Pfeiltür arbeiten Anschließend gehen wir mit den Schildern weiter Richtig schön Block Für Block Okay Dann sind wir jetzt gleich einmal rum Da nochmal einer ran Und Hier nochmal einer ran Tja tatsächlich Würde ich diese Auch erstmal so lassen Diese Balken hier Weil die dann sowieso In dem In dem Anlegesteg Wie auch immer Generell in dem Steg Darin rumstecken Das heißt Was über diese Schilder Bzw. diese Falltüren Eigentlich Bei dem hier brauchen Und bei dem An der Stelle Und bei diesen beiden hier Und da nochmal Den Rest würde ich jetzt Vorerst auslassen Aber hier oben Würde ich glaube ich nochmal ganz gerne Ein paar Schilder haben Einfach oben Wirklich in der Line Das heißt Zwei Vier Sechs Acht Zwölf Ja genau Zwölf Schilder Aber diesmal aus Fichtenholz Bitte Aus Fichtenholz Dann haben wir hier nochmal Eine kleine Eine kleine Verbindung Zwischen diesen Dingern hier Ups Ja ich weiß nicht Wer jetzt zwei Zwei Schilder übereinander Haben Das eine ist ja Dekoration Das andere ist Richtig Dekoration Und das letzte Schild Hier auch nochmal dran So ups Immer noch unbeschrieben Danke Aha Wen haben wir da Kann mir mal mit dir jemanden Verraten Warum die grundsätzlich Dann kommen Wenn es dunkel wird Hä Auch wenn das gerade Viel zu einfach ist Weil die ja irgendwie Tja Am schwimmen waren Gehen wir ja viel zu schnell Alles Ja wenn ich mich beschwere Was so schnell geht Dann sollte ich vielleicht Einfach mal den nächsten Turm aufsuchen Oder einen kleinen Rage starten Oh Gott Hab ich mich erschrocken Schreck mich doch nicht Wo Du hast dich aber auch nicht Unendlich lange gelebt Wahrscheinlich bist du Vom Baum runtergefallen Ja musst du auffassen Aber hey Wir haben jetzt nicht wieder Eine geladene Armbrust Kann ich schaden Muss nicht helfen So hopp rein In die Haier So nochmal was trinken Bei der Gelegenheit Wunderbar Ach ja Hier sollte ich auch was Oh Was trinken Ich habe gerade gar keinen Moment Ich habe gerade gar keinen Milcheimer dabei Aber ich hab doch Kühe Wo haben wir euch denn Naja Ohne Scheiß Warum hab ich den Milcheimer nicht mit Schön dass ich so breit Willig dahingestellt hat Habe ich die wahrscheinlich Alle weggetan Die AMS Naja Ja offensichtlich Dann ich die mal zu Solange wir noch Auf dem Bauernhof Beschäftigt sind Kommen wir auch schnell Wieder ran Okay Ja Wie machen wir das Mit dem Steg Da brauche ich eigentlich Noch ein paar Lagerfeuer Nicht schon wieder Lagerfeuer Ah wir haben Tropenholz Das ich dafür nehmen kann Ja genau Wir haben sogar mehr Als genug Tropenholz Wir haben viel zu viel Tropenholz Das werden wunderbar Nah verfeuert werden Ich weiß echt nicht mehr Wie viele Bäume das mal Gewesen sind Aber auf jeden Fall Es ist genug Tropenholz Gib mal hier den Kram Kohl Ja du hast recht Kohl in Wilma mit Ähm Nehmen wir die so lange Ja Sehr fein Ja ja Ich hab dich gesehen Wird wieder abhauen Ne Da ist es aber dicht Ja Geht nicht weiter Hab ich den Kühn irgendwas getan Dass wir ständig abhauen wollen Mögen sie mich nicht Okay das sollte ausreichen Für Stufen Ich würde es nämlich Diesmal nur mit Stufen Und Lagerfeuern machen Nicht wie bei dem ersten Anglerhaus Auch noch mit Falltüren Weil das einfach zu Also es sieht zwar kaputter Und sowas aus Aber es ist halt unglaublich Nervig Darum rumzulatschen Deswegen würde ich das Ganz gerne vermeiden Ähm Okay Dann fangen wir erstmal Wieder mit den Mit den Hier Mit den Fichten Stufen an Und nehmen dann Die entsprechenden Stufen Wieder weg Und Mit anderen Blöcken Zu ersetzen Genau Du warst nur temporär Jetzt stellt sich mir Natürlich noch die Frage Wie weit wir den Steg rausziehen wollen Und ob das nur die Richtige Höhe dafür ist Ich meine Eigentlich Das ist ein bisschen hoch Jaja Das ist richtig Dann ziehen wir den Vielleicht noch ein bisschen runter Ich meine klar Wenn ich das So mit Lagerfeuern Machen möchte Dann müsste die ganze Geschichte eigentlich Hier drauf liegen Dann nehme ich dich Hier nochmal weg Und fahre Lanz dich dafür dahin Na ja Einmal Randa An die Veranda Und hier auch nochmal Ja Äh Lanz mal so Und dann gehen wir Weiter rum Genau Dum bidi und dum bidum Ich würde sogar schon Fast sagen Dass so ein Zweiersteg Eigentlich wirklich Ausreichend ist Von der Ups Von der Grundbreite her Ich meine Dass hier und da Ein kleines bisschen Breiter wird Ist ja logisch Wenn ich da jetzt Rumgehen würde Oder werde Dann ist er hier Zwischen den Balken Ein bisschen breiter Aber ansonsten Kann es Denke ich mal so bleiben Dann kriegt das Hier nämlich Gar keinen richtigen Steg Also keinen Klassischen Anlegesteg Wie man das So kennt Sondern einfach Diese kleine Hölzlerne Plattform Hier einmal Außenrum Natürlich mit Den entsprechenden Balken nochmal Dazu Die das Ding dann Tragen dürfen Und Den wunderbaren Lagerfeuern Die da auch noch Dazu kommen Ich bin gerade am überlegen Wie weit ich Mit diesem Steg Jetzt weiter Gehen möchte Wo ist der Rest Von dem Holz Habe ich den schon Offensichtlich Ob ich jetzt hier Doch noch ein Kleines Stückchen Weitere raus Gehe Oder ob ich Hier wirklich Komplett rum Gehe Ich weiß nämlich Nicht ob mir Das komplette Rumgehen Wirklich gefällt Tatsächlich Tatsächlich glaube ich Da bin ich sogar Eher weniger Dass mir das Nicht gefallen Wird Machen wir so Und dann reicht Das Ja Ist in Ordnung Da kann man hier und da Noch ein kleines Fass Irgendwie Dann da drauf stellen Wenn man das kann Okay Dann zählen wir mal Eins Zwei Und drei Und vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Deinze Vierzehn Fünfzehn Sechzehn Siebzehn Nachtzehn Neunzehn Zwanzig Zwanzig Lagerfeuer Ja Es sollte doch machbar sein Wir haben ja was Holz Jetzt noch ein paar Stöcker Danke Dann ein paar davon Und ein paar davon Und wo sind jetzt die Stöcker alle hin Da Okay Die Nummer Die Nummer 20 Haben wir jetzt auch da Die Schaufel dazu Dankeschön Ich finde es nach wie vor etwas seltsam Was man in die Lagefeuer mit 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 der Schaufel austreten kann Aber gut Ich habe es mir nicht ausgedacht Und ich Ich wollte jetzt auch nicht immer Nicht immer alles hinterfragen Genau Einfach so annehmen Wie es ist Zum Glück Der Rest des Holzes Hier nicht anzubrennen Ja Ist doch gut Hier Feuer tut mehr weh Als Bärenbüsche Nein Wirklich Fein Nehme ich dich nochmal mit Und dann habe ich hier vorne Noch irgendwelche Blöcke Gehieren Irgendwo Hallo Gib mir jetzt zurück Fein Der Nahweißchen steht da dran Und der ist auch auf der richtigen Höhe Hier sieht doch eigentlich auch wunderbar aus Kann man mit arbeiten Ja durchaus Dann brauchen wir jetzt noch Ähm Ein paar kleine Feine Zäune Die wir da ran setzen können Ähm Komm Geh mal weg Danke Wo ich ganz gerne einen Zaun hätte Wäre hier Ja ich mach's mir jetzt aber ganz einfach Und zieh den nicht bis dann noch ganz durch Sondern bloß bis da Passt schon Trotzdem brauchen wir viel zu viel von diesem Kram Ähm Habe ich zum Beispiel noch Erde dabei Ein kleines bisschen Erde Danke Dann ziehen wir mal den Deckel drauf Dann passt das schon Aus den Augen Aus dem Sinn Wo ist denn nur das Löchel hin Nicht hier Hallo Okay kann ich da nochmal einen hinsetzen Der trägt dann die ganzen Kram Ist das schön Ich brauche mal mehr Zäune bitte Da ich ja gerade kein Schwarzeichenhals hier habe Für andere Zäune Mach ich das eben so Bisschen inkonsequent eigentlich ne Ja ich merke schon Naja egal Vielleicht habe ich dann trotzdem nochmal die Idee Dass ich das nochmal erinnern sollte Aber jetzt gerade nicht Och meine Fresse Warum ist es immer so viel was man davon braucht Ist ja schlimm Naja gut aber wir haben es ja jetzt fast Einfach nochmal ein paar weitere Weitere Stöcke eigentlich erstmal ne Wir haben ja wieder keine mehr So Stickies Danke Zauntore Äh neune Zäune Nicht Zauntore Wie kommen wir jetzt auf Zauntore Okay Und weitere Brille Danke Halt Na Da haben wir sie Genau 24 Stück sollten erstmal ausreichen Habe ich das nicht vorhin auch schon gesagt Naja Naja aber ich habe jetzt die Hoffnung Dass es wirklich ausreicht Andere setzt Hier zwischen werden vielleicht auch nochmal ein paar Sinnvoll Hier möchte ich jetzt nichts weiter hinsetzen Da reicht Wobei dann würde ich das glaube ich eher Hier hinsetzen Dann kann der andere Der an der Stirnseite gerade steht Dann kann er wieder weg So Und komm Und dann darfst du weichen Ja gut Ich gehe ja schon atmen Darf ich da nicht hoch doch Ich wollte schon sagen Gut Dann hätten wir den Kram jetzt soweit dran Das ist fein Haben wir irgendwo eine Mitte Ich meine theoretisch ist Das Müssen wir jetzt eigentlich wirklich eine Mitte haben Das ist diese hier Mh Machen wir es so Und so Dann müssen wir dazwischen auch nochmal drei Jeweils haben Ja sieht gut aus Ich weiß nicht Ich muss jetzt nicht nochmal ertrinken Dann bin ich wirklich am Ende ertrunken Das muss nicht unbedingt sein Mein Leben geht langsam zum Neige Äh Ja Ganz langsam Ein bisschen Na Komm Die letzten noch Hallo Ja wunderbar doch Hat doch wunderbar gepasst Jetzt haben wir einen kleinen Steg dran Ach verdammt Stimmt Da fehlen nur noch die anderen Die anderen Zäune drunter Okay Ich vergaß Drei Wann zwischendens Eins Zwei 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 Da wieder einer ran. Na, rüber da. Da wieder einer ran. Und die machen wir mal eben dicht. Ja, fein. Dann würde ich sagen, wir wenden die Folge für heute. Wir haben das Häuschen jetzt an, soweit, ja, in der Theorie fertig. Ich weiß, die Fenster fehlen jetzt noch und die Tür, die kann ich jetzt gleich direkt mal reinsetzen. Und die ganze, ähm, die ganze Einrichtung fehlt auch noch, das ist richtig. Aber so an sich haben wir es jetzt eigentlich. Schieht jetzt eigentlich das, das Gebäude, soweit. Ach, wisst ihr was? Da sind ja eh nur ein paar Fenster, ne? Zwei, vier. Ähm. Acht. Zehn. Ja, gut, holen wir uns mal fix. Zehn, äh, zehn Zäunen, aber aus Eiche. Das mit einmal fix, wenn wir Eichenholz schon hier haben. Ähm. Das hier ein Stück waren, was ich nicht haben wollte, ne? Drei. Neu, äh. Zwölf. Okay. Ich würde sagen, dass das als Fenster reicht. Mehr brauchen wir hier nicht. Das ist ein kleines, feines Holzhaus. Genau, wenn wir das Gebäude dann einrichten, dann gibt es hier drin natürlich auch nochmal den Innenausbau. Aber von außen steht das Gebäude soweit, und das ist gut. Das finde ich fein. Ich denke mal, das ist auch halbwegs, halbwegs okay geworden. Und deswegen würde ich jetzt noch einmal sagen, wir beenden die Folge für heute. Ich hoffe, dass euch die Folge soweit gefallen hat, und euch gefällt hoffentlich auch das kleine, feine Häuschen, was wir jetzt fabriziert haben. Ja. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, recht herzlich dafür zu sehen. Und, seid gespannt, womit wir beim nächsten Mal weitermachen, ob wir uns dann hier der Einrichtung von dem Ding widmen, oder ob dann wieder ein Feld kommt, oder eine Erkundung, oder andere Dinge. Wer weiß das schon. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.